Schötes Publikum, wir gehen jetzt mal den Ball von Frau Mössbauer suchen. Das kann jetzt was dauern. Lederhosen war meine letzte Rettung. Möchte jemand eine verbrannte Waffel haben? Eine CDU-Waffel? In erster Linie bin ich dankbar für 23 tolle Jahre. Das war mein Wunschberuf. Und euch allen wünsche ich für die Zeit, die kommt, bei aller Härte der Auseinandersetzungen im Wahlkampf. Geht immer ordentlich miteinander um. Danke. Wolfgang Bosbach wäre natürlich jemand gewesen, der als Minister auch, glaube ich, viel Zustimmung erfahren hätte. Bosbach ist ein authentischer Mensch. Haben Sie ja gestern Abend gesehen? Habe ich gesehen. Was ich sehr gut fand, war Ihre vornehme Zurückhaltung. Das höre ich gerne. Die Menschen spüren, der sagt, was er denkt. Ich kann jetzt schon selber E-Mails lesen und beantworten. Er steht nicht für Parteipolitik, sondern er steht für das Wohl der Menschen gerade. Und deswegen darf man auch die Leute nicht enttäuschen. Er wird immer ein Gesicht der CDU bleiben. Er ist ein Demokrat. Er eckt an. Er nervt. Ich glaube, nicht zuletzt hat er seine Kanzlerin genervt. Ob die Kanzlerin ihrerseits so begeistert gewesen wäre, wenn sie einfach mit so einer Nummer in so eine Sendung live reingeschaltet ist. Wenn ich in der Sendung sage, wenn sich das nicht ändert, dann gehe ich. Ja, dann meine ich das auch so. Mich wundert auch überhaupt nicht, dass der seinen Wahlkreis immer und immer wieder erholt. Der hat eine sehr offene Art. Seine rheinische Frohnatur kommt ihm da auch zugute. Ah, das ist gut. Das ist gut. Total lustig. Es gibt alltägliche kleine Reibereien. Die kommen in den besten Familien vor. Und ja, ein Mann alleine hat es nicht immer leicht. Welcher Mann hat denn ein Problem damit, wenn er mit fünf Frauen unter einem Dach leben darf? Das ist der pure Luxus. Der Traum eines jeden Mannes. Ich denke auch seiner. Das sind die richtigen Typen, die der Innenminister machen kann. Da gibt es ja keine Diskussion. Schein. Das ist die größte. Okay. Bitte.